Ja und willkommen zurück bei DLC Quest. Ja, ihr hättet jetzt wahrscheinlich gedacht, ich höre auf damit, oder ich bin schon zu Ende. Nein! Ich habe anscheinend jetzt doch noch hier ein letztes DLC übersehen am Ende von der letzten Folge, nämlich das hier, genau. Das werde ich jetzt einfach mal hier kaufen und ja, jetzt möchte ich nur kurz wissen, ob ich dann damit jetzt noch irgendwas anfangen kann. Ich denke jetzt einfach mal nicht, nein, und ja, einfach mal schauen, mal nach da hinten laufen. Aber ich denke mal, das wäre es dann auch schon gewesen. Oder? Oder ich bin einfach nur doof. Mal schauen, mal schauen, wo uns der Weg hinführt. Oh nein, es geht sogar noch weiter. Oh ja, genau, ja, ich wusste doch, dass ich irgendwas vergessen habe. Oh man. Ja, ähm, ich habe nun den bösen Jungen gefunden, ich muss die Prinzessin hier freilassen und, äh, haha, kann ich nicht töten. Okay. Okay, okay. Äh. Pferd. Oh mein Gott. Äh, ich check's nicht. Ah ja, okay, so kann ich ihn auch töten. Also war die Rüstung doch etwas gut, oder? Und sie so, ja, mein Held, und ich bin der große Held, ja, und das war jetzt hier das endgültige Ende. Ähm, ich will sie jetzt heiraten. Genau, das war jetzt das Ende. Genau, ich wusste auch, ja. Ähm, ja, ich wusste, ich... Okay, ich habe was übersehen. Äh, ja, jetzt hier, das ist das echte Ende von der Story hier. Ähm, ja, damit jetzt hier auch mal hier so ein paar Missverständnisse... Okay, ich höre auf zu reden. Ich höre auf zu reden. Ja, ist hier gerade wieder so fast mitten in der Nacht und ich, äh, bin jetzt blöd zum Reden. Äh, ja, liebe Leute, ähm, ja, würde ich sagen, wie gesagt, haut rein, schönen Tag noch. Und wenn's hier, ich glaube, hier gibt's noch was Neues und das werde ich jetzt auch noch hochladen. Ähm, ja, bis dahin. Tschüss und, äh, ja, wie schon gesagt, schönen Tag. Jo, adios.